Hallo! Wussten Sie schon, dass die 3 eine magische Zahl ist? Atmen Sie ein und aus und zählen Sie jeweils bis 3. Denken Sie nun an die folgenden Fragen. Was sind Ihre drei Lieblingsspeisen? Welche drei Dinge können Sie jetzt gerade sehen? Welche drei Geräusche können Sie jetzt gerade hören? Für welche drei Dinge sind Sie in diesem Moment dankbar? Atmen Sie dreimal ein und dreimal aus. Denken Sie darüber nach, wie Sie sich fühlen. Fühlen Sie sich jetzt besser als vorher? Ja? Dann hoffen wir, dass für Sie die drei nun auch eine magische Zahl ist. Verwenden Sie diese Technik, um sich zu entspannen und Ihren Geist zu beruhigen, wann immer Sie sich danach fühlen.